Viele haben den Traum, Profi-Fußballer zu werden, sie wollen das Hobby zum Beruf machen. Dieser Traum kann aber leider sehr schnell zerplatzen, über einen Fall will ich mit euch reden. Lennart Hartmann ist bis heute der jüngste Spieler, der je für Hertha BSC in der Bundesliga gespielt hat. 17 Jahre war er damals alt, er hat sogar früher so ne Karte bekommen, ne? Angriff 48, Abwehr 36. Tja, aber heute kennt ihn kaum noch jemand. Also, was ist passiert? Wieso hat's nicht geklappt? Ich hab ihn getroffen, hab mit ihm über diese Zeit geredet, das Ergebnis seht ihr jetzt. Los geht's! Hier jetzt direkt mal die Frage an euch, wer war euer Lieblingstalent, das es nie so richtig an die Spitze geschafft hat? Postet da gerne ganz viele Namen unten in die Kommentare. So, Lennart Hartmann kommt aus Berlin. Als Elfjähriger hat er zum ersten Mal die Schuhe für Hertha BSC geschnürt. Jeeweiß in der höchsten Liga spielte er gegen die besten Vereine, dort konnte er mehrere Duftmarken setzen. In der B-Juniorin-Bundesliga gewann Hertha mit ihm die Staffel Nord-Nord-Ost. Hartmann erzielte da acht Tore, jeder sah, okay, dieser Junge hat extrem viel Potenzial. Er ist technisch stark, dazu agil, im Zentralen Mittelfeld hat er sehr viel Spielwitz mit reingebracht. 2008 bekam er deshalb auch die Fritz-Walter-Medaille in Silber, sprich, er war das zweitbeste Talent seines Jahrgangs. Den Adler durfte er auch schon auf der Brust tragen zu dem Zeitpunkt, insgesamt 39 Junioren-Länderspiele bestritte. Kurz gesagt, in der Karriere ging's steil bergauf. So, und dann kam der große Moment, Lennart Hartmann feierte sein Bundesliga-Debüt. Es war ein Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt, 17 Jahre, vier Monate und 14 Tage war er damals alt. Tja, und da hab ich ihn gefragt, naja, als du da an der Seitenlinie standest, was ging dir da durch den Kopf? Eigentlich gar nicht so viel, weil das sind so viele Eindrücke, die du da gewinnst, die lauten Zuschauerränge, diese, ja, besondere Kulisse und ja, alles ist irgendwie so völlig fernab der Realität und plötzlich wird dann dein Trikot hochgehalten und du weißt, oh, jetzt ist der Moment und ich glaube, so richtig realisiert hab ich das erst ein paar Tage später. Ja, davor kickte er schon im DFB-Pokal und in der UEFA-Cup-Quali für Hertha BSC. Trainer Lucien Favre gab ihm diese Chance, er baute viel auf die Jugend, wollte Eigengewächse in den Kader integrieren. Tja, in dem Fall ist leider nix draus geworden, der Körper von Hartmann streikte, die leistet hat weh. Schuld war die hohe Belastung. Zweimal Training pro Tag bei den Profis, darf so ne hohe Intensität, ein völlig neues Gefühl für ihn. Ernst hat das bei Hertha BSC leider nicht jeder genommen, da hieß es nur, ach, das läuft sich wieder raus, stell dich nicht so an. Ja, ein 17-Jähriger hat halt nix auf ner Liege zu suchen, dachte man zumindest. Die Probleme wurden immer schlimmer, fünf Monate lang ging Hartmann von Arzt zu Arzt, keiner wusste so richtig, was los ist. Und am Ende fuhr er deshalb zu Dr. Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt. Ihr alle kennt ihn, er war der Arzt des FC Bayern und von der deutschen Nationalmannschaft. Seine Diagnose? Ja, Hartmann hat nen angeborenen Hüftschaden. Der hat sich das Ganze angeschaut und hat mich dann auf einen Physiotherapeuten Josef Schadhauser verwiesen. Ja, offenbar ein ziemlicher Geheimtipp, weil man hat dort ziemlich bekannte Persönlichkeiten in der Praxis auch getroffen. Obwohl der gar nicht selber in München war, sondern irgendwo in Traunreuth auf nem Dorf, meine Begriffe, aber unglaublich. Er hat's wirklich geschafft, dass ich innerhalb von zwei Wochen wieder fit war und spielen konnte. Was vorher in Berlin fünf Monate Leute ihr vergeblich versucht haben. Ja, echt harte Zeit. Trainer Lucien Favre hat sich jede Woche bei ihm gemeldet und gefragt, hey, wie geht's dir? Das zeigt, was ne große Stärke von Favre ist. Die Menschlichkeit. Er ist jeder Spieler wichtig, egal, ob das ein Topstar ist oder in Anführungszeichen eben nur ein Nachwuchskicker. Lennart Hartmann bekam wieder ne Chance, gegen die TSG Hoffenheim durfte er 90 Minuten ran, sein dritter und letzter Bundesliga-Einsatz. Ne 1 zu 5 Niederlage setzte es da. Die Folge? Favre flog raus und Friedhelm Funkel kam. Ein Trainer, der mehr auf erfahrene Profis setzte, für Talente war da kein Platz. Ab dem Zeitpunkt ging's dann richtig bergab. Im Sommer 2011 wechselte er zu Alemannia Aachen in die zweite Bundesliga. Glücklich wurde er dort nicht, ein halbes Jahr später ging's deshalb zum SV Babelsberg in die dritte Liga. Als guter Techniker konnte er da an den unbeweglichen Gegnern vorbeidribbeln. Hartmann spielte ne gute Saison, einige Zweitligisten hatten ihn dann auch wieder auf'n Zettel. Tja, aber plötzlich verletzte er sich am Knöchel. Ein Wechsel platzte und für die Psyche ist sowas natürlich ein herber Rückschlag. Definitiv. Also ich würd schon sagen, dass ich in dieser Zeit ziemlich viel durchgemacht habe. Für so einen jungen Menschen vielleicht sogar zu viel. In so kurzer Zeit. Nichtsdestotrotz sag ich auch, oder bin davon überzeugt, dass man aus solchen Situationen enorm viel lernen kann. Nicht nur fürs Fußballerleben, sondern fürs Leben insgesamt. Und ich glaube, ohne das Ganze wär ich nicht der, der ich heute bin. Da stand dann fest, okay, er braucht nen Plan B. Auch hier hat Lucien Favre ne wichtige Rolle gespielt. Bei Hertha BSC bestand er nämlich darauf, dass jeder Jugendspieler sein Abitur macht. Wegen des Unterrichts oder einer Prüfung ein Training zu verpassen, war gar kein Problem. Dank des Schulabschlusses konnte Hartmann also mit nem Studium beginnen. Er wollte ne große Herausforderung, sprich nen schweren Studiengang. Zwei Möglichkeiten gab's. Jura oder Medizin. Weil er Blut nicht so gerne sieht, entschied er sich am Ende für Jura. Die Fußballschuhe wollte Hartmann aber nicht an den Nagel hängen, deshalb kickte er noch in der Regionalliga. Erst beim Berliner AK und dann bei Tennis Borussia Berlin. Im Anschluss ging's noch in die sechste Liga zur VSG Altglienicke. Da hatte Lennart Hartmann dann wieder richtig Bock auf Fußball. Kleiner Funfact. Er wurde sogar deutscher Nationalspieler. Ja, das ist ne coole Geschichte. Im Futsal. Das ist Hallenfußball mit kleineren Toren und ohne Banden. 2016 gab's da das erste offizielle Länderspiel. Der Gegner war England. Ein 5 zu 3 Sieg. Aber lange konnte er dann nicht Futsal spielen. Und der Grund ist komplett logisch. Letztendlich wusste ich ja zu dem Zeitpunkt schon, dass Futsal grade mit dem Hallenbelag keine gute Option für mich ist, Sport zu treiben. Nichtsdestotrotz wollte ich mir die Möglichkeit einfach nicht nehmen lassen, auch noch mal im Futsal Nationalspieler zu sein und eventuell da sogar noch ein Tor zu machen. Das hab ich dann glücklicherweise im ersten Spiel sofort erreicht. Und so konnte ich dann in den wohlverdienten Ruhestand übergehen. Jetzt kickt Lennart Hartmann noch in der siebten Liga beim BFC Preußen. Einmal pro Woche darf er Fußball spielen, am besten auf nem Rasenplatz. Mehr Belastung verträgt leider sein Körper nicht. So, ne weitere Sache liegt ihm sehr am Herzen. Und zwar die Arbeit mit Kindern. Das breite Wissen, das er sich über Jahre hinweg angeeignet hat, will er weitergeben. Pro Woche trainiert Hartmann ca. 100 bis 150 Kinder. Er betreut zum Beispiel Jugendteams bei Viktoria Berlin und dem Berliner SC. Das macht ihm total viel Spaß. Er will so ne Art Mentor sein, den Kindern helfen und ihnen Tipps geben. Der Schwerpunkt ist da meistens Technik und Athletik. Das zeigt, obwohl es nicht zu ner ganz großen Karriere als Profifußballer gereicht hat, liebt er diesen Sport und er bleibt ihm treu. Ehrlich, Leute. Als ich seine Geschichte zum ersten Mal hörte, dachte ich mir, das ist halt ein gescheitertes Talent. Den Begriff mag er aber überhaupt nicht. Ich find das immer so hart und gar nicht unbedingt treffend, weil letztendlich, ich bin da angekommen, wo ich ankommen wollte. Ich hab gesehen, wie das Leben sein kann als Fußballprofi. Hab sicherlich viele schöne Seiten des Fußballgeschäfts erlebt, hab aber genauso viele negative mindestens auch erlebt und für mich persönlich, muss ich sagen, haben die letztendlich auch überwiegt. Und von daher würde ich sagen, ich bin gar nicht unglücklich mit dem Leben, so wie es gekommen ist. Weil in der Fußballerkabine führst du sicherlich nicht die gleichen Gespräche wie in der Uni. Also es hat alles Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Allgemein gilt, bei der Bewertung von Talenten sind wir oft zu schnell. Wer nicht Topleistungen bringt, gilt sofort als gescheitert. Über die Gründe, wieso es nicht so gut läuft, wird viel zu selten gesprochen. Bei Lennart Hartmann lag das eben an einem Hauptgrund, und zwar der Hüfte. Seine Karriere ging früh los, deshalb hat er ja auch unter anderem diese Karte hier bekommen. Und sie war früh wieder zu Ende, bevor er die Bewertungen Abwehr 99 und Angriff 99 bekam. Stark find ich trotzdem, dass er positiv geblieben ist und nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat. Lennart hat definitiv die Schattenseite des Profifußballs erlebt, aber er hat das Beste aus dieser Situation gemacht. So, jetzt hab ich nur noch eine Sache für euch. Ein Video von MyLab zum Comedian Dieter Nur. Hier ist es verlinkt. Der Typ polarisiert ja zurzeit extrem. Was da genau abgeht, erklärt Mai. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsch ich gut Kick, haut rein und ciao!